Jetzt geht's los. So, 80 Ante Auge. Oh, now, ready for takeoff. Ja, aber Leute, rauf auf die Spitze. Das hier ist es, das höchste und schönste Statsportal. Jetzt in der Rutsche, ja, 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 ja. Ready, ready, ready. Star, Eingewöhnungsrunde. Hey, erstmal so ganz lange Sachen locker und locker. Ja, wir starten heute 80 Meter. Ja, wir starten heute 80 Meter hoch. Die SC hat auf der Auge für das 2018, Willends Meier, das höchste und schlimmste Mobibequette-Karussellen der ganzen Welt. 80 Meter hoch, gleich ganze 70 kmh schnell und 160 KMH still. Ja Freunde, dann würde ich sagen, wir gehen das ganze jetzt mal ein bisschen schnell ab unter dem Rücken, das geht aus der Hand. So Freunde, dann würde ich sagen, wir guckten uns das Ganze da oben nochmal so ein bisschen ab. Ja, dann würde ich sagen, wir sind schon mal so ein bisschen ab. Ja, dann würde ich sagen, wir haben das Ganze wieder wohl überstanden. Jungs und Mädels, meine Damen und Herren, ist euch das, was euch gefunden hat. Der letzte Schuss am Klammestutz, die vollen Tätigkeit war, ein Schuss. Wir sind in Sberl-Laguna. ATTENTION! Jetzt haben wir uns an, ATTENTION! Wir sind in Sberl-Laguna. Wir sind in Sberl-Laguna. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.